Legst du eine Spannung zwischen den beiden Enden der Metallfolie, dann bewegen sich negativ geladene Elektronen von rechts nach links durch die Metallfolie zum Pluspol. Erstmal passiert gar nichts. Die Elektronen fließen einfach geradeaus zum Pluspol. Wenn du jetzt aber die Metallfolie in ein homogenes Magnetfeld bepackst, dessen Feldlinien die Metallfolie durchstoßen, dann wirkt eine magnetische Kraft auf die sich bewegenden Elektronen und lenkt sie nach oben ab. Diese magnetische Kraft wird auch Lorentzkraft genannt. Bezeichnen wir sie mit fm. Warum nochmal nach oben? Weil das Magnetfeld b in diesem Fall in den Bildschirm hinein zeigt und die Dreifingerregel der linken Hand die Richtung nach oben ergibt. Im Magnetfeld fließen Elektronen also nicht mehr auf geradem Weg zum Pluspol, sondern sammeln sich im oberen Teil der Metallfolie. Dadurch entsteht im oberen Teil der Folie ein Elektronenüberfluss und unten ein Elektronenmangel. Es bildet sich ein näherungsweise homogenes elektrisches Feld zwischen den beiden Enden der Folie, als wären die beiden Enden zwei Kondensatorplatten. Alle weiteren Elektronen, die durch die Folie wandern, erfahren jetzt nicht nur eine magnetische Kraft, sondern auch eine elektrische. Die elektrische Kraft zeigt nach unten, weil negativ geladene Elektronen natürlich von den Elektronen oben in der Folie nach unten abgestoßen werden. Damit wirkt die elektrische Kraft auf ein Elektron genau entgegen der magnetischen Kraft. Wenn die magnetische Kraft größer ist als die elektrische, dann bewegt sich das Elektron nach oben. Diese Ablenkung von Elektronen passiert so lange, bis sich ein Kräftegleichgewicht einstellt. Dieser entstandene, sich nicht mehr verändernde Ladungsunterschied entspricht einer konstanten Hall-Spannung. Diese bezeichnen wir mit UH. Wenn du mit einem Voltmeter die Spannung zwischen dem oberen und unteren Ende der Folie messen würdest, dann würdest du den Wert der Hall-Spannung messen. Wie können wir die Hall-Spannung mathematisch berechnen? Lass uns mal schnell eine Formel für die Hall-Spannung herleiten. Die Formel für die Lorentzkraft ist Q mal V mal B. Hierbei ist Q die Ladung des Teilchens im Magnetfeld, also in diesem Fall die Elementarladung des Elektrons. V ist die Geschwindigkeit des Elektrons nach links und B ist die Stärke des angelegten externen Magnetfelds. Die Formel für die elektrische Kraft auf das Elektron ist Q mal E. Hierbei ist E die Stärke des homogenen elektrischen Feldes zwischen dem oberen und unteren Ende der Folie. Setze die beiden Kräfte gleich. Elektrische Ladung kürzt sich weg. Das Herrschende E-Feld in der Folie ist nicht direkt bekannt, aber wir können zum Glück die Hall-Spannung von außen messen und diese hängt mit dem E-Feld wie bei einem Plattenkondensator leicht zusammen. E ist gleich Spannung dividiert durch den Abstand der oberen und unteren Ladungsschicht, also in guter Näherung die Breite H der Folie. Stelle die Gleichung nach der Hall-Spannung um. U ist gleich H mal V mal B. Die Geschwindigkeit der Elektronen kannst du auch nicht direkt messen. Daher ersetzen wir sie mit der Strecke pro Zeit, also Länge L der Metallfolie, geteilt durch die Zeit t, die das Elektron braucht, um die Strecke L zu durchqueren. Ersetze V mit L durch t. Jetzt haben wir zwar V eliminiert, aber dadurch die Zeit t ins Spiel gebracht. Diese kennen wir genauso wenig, wir müssen sie also auch weiter ersetzen. Mit einem Strommessgerät kannst du den Strom I messen, der vom rechten zum linken Ende der Folie wandert. Der Strom I ist definiert als Ladungsmenge q pro Zeit t. Stelle nach t um. Die Ladungsmenge groß q ist dabei die Anzahl n der Elektronen mal die Ladung klein q, die jedes Elektron trägt. Ersetze nun unbekannte Zeit t mit n mal q durch i. Doch woher sollst du jetzt wissen, wie viele Elektronen pro Zeit durch die Folie wandern? Dazu benutzen wir die Ladungsträgerdichte klein n. Sie ist definiert als Anzahl n der Ladungen pro Volumen v der Folie. Stelle sie nach N um und eliminiere damit N in der anderen Formel. Das Volumen der Folie ist Länge L mal Breite h mal Dicke d. L und h kürzen sich weg, so dass nur noch die Dicke d der Metallfolie in der Formel übrig bleibt. Der Faktor 1 durch n mal q wird als Hall-Konstante bezeichnet und mit AH abgekürzt. Die Hall-Konstante ist abhängig von der verwendeten Folie und kann in einem Experiment leicht bestimmt werden, weil du den Strom I, Dicke d und Magnetfeld B leicht messen kannst.